Was Frauen hier bei Swiss Music Awards auf dem Roten Teppich können, das kann ich schon lange. Und zwei geht darum, meine Ballon. Draufen auch an mir! Best Album und Best Male Solo-Agg. Gratulation zu zwei Nominationen. Und ich hoffe, dass du sicher einen Preis mit mir haben können mit Heine. Aber weisst du, was man mit dir machen würde? Einfach mal jodeln. Jetzt nehmen wir mal einen Ballon. Wir nehmen hier zwei Hehlballone. Und jodeln ist eh schon geil, aber jodeln mit noch einer höheren Stimme ist doch viel geiler, oder? Ja, ich würde es mal probieren. Probieren wir es mal. Zwei grosse Schlücke. Zwei, oder? Zwei grosse Schlücke. Also. Ja, sehr gut. Komm, wir machen gleich weiter. Du siehst aber auch mittlerweile recht türen aus. Ich glaube, nachher geht es uns nicht mehr so gut, aber das ist kein Problem. Jetzt ist uns einiger Ball vorbei, glaube ich. Und ich würde sagen, oh nein, jetzt kommt es schon wieder so schnell. Schönen Abend wünsche ich dir noch. Ich wünsche dir auch noch viel an. Einen schönen, wunderschönen Abend. Wie gesagt, zwei Nominationen. Viel, viel Glück. Und zum Abschluss noch einmal. Tschau zusammen. Tschüss miteinander. Tschüss miteinander. Tschüss miteinander. Und noch einen wunderschönen, wunderschönen Abend. Tschau drauf. Tschüss. 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 Okay.